Dennis Grote ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2014 15. für den MSV Duisburg aktiv ist. Karriere Grote spielte in seiner Jugend beim 1. FC Kaiserslautern, Vorwärtswettringen und Preußen-Münster, bevor er 2002 zum VfL Bochum ging. Dort rückte er direkt aus der Oberliga-Reserve in den Bundesliga-Kader auf. In der Rückrunde der Saison 2004 05 kam Grote als Amateur in fünf Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Im Sommer 2005 unterzeichnete er einen Profi-Vertrag. Am 16. Dezember 2005 schoss Dennis Grote sein erstes Profitor in der 88. Minute zum 1-0-Sieg im Zweitliga-Spiel gegen die SPVGG Unterhaching. Ostermontag 2006 stieg er mit dem VfL Bochum in die 1. Bundesliga auf. Seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte Grote am 5. Mai 2007 beim 3-0-Auswärtssieg des VfL gegen den Hamburger SV. Zur Winterpause 2010-Elftel wechselte er zu Rot-Weiß-Oberhausen, verließ den Verein jedoch nach dem Abstieg in die 3. Liga. Probetrainings in der Folgezeit bei Alemannia Aachen und in England bei Leeds United blieben erfolglos. In der Winterpause der Saison 2011-12 schloss sich Dennis Grote dem Drittligisten Preußen Münster an. Er unterschrieb dort einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2013, der sich im März 2013 per Klausel automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2014 verlängerte. Und stand am 21. Januar 2012 im Ligaspiel gegen Rot-Weiß-Oberhausen zum ersten Mal für die Münsteraner auf dem Platz. Im April 2014 unterschrieb er einen ab dem Sommer gültigen Vertrag beim Liga-Rivalen MSV Duisburg. Bei diesem nahm er einen festen Stammplatz ein und erreichte 2015 mit der Mannschaft den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Er stand 2005 in der deutschen U19-Juniorenauswahl. 2006 wurde er in die U20-Nationalmannschaft, im Februar 2007 zum ersten Mal in die U21-Nationalmannschaft berufen. Bei der U21-Europameisterschaft 2009 in Schweden gewann er neben Mitspielern wie Manuel Neuer, Mesut Özil und Sami Khedira den Titel durch einen 4-0-Sieg im Finale über England. Er folge Meister der 2. Bundesliga 2006 und Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Vizemeister der 3. Liga 2015 und Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.